In diesem Video beschäftige ich mich mit der Staatsbürgerschaft in Österreich, also damit wie bekommt man oder wie erlangt man die Staatsbürgerschaft in Österreich und welche Gründe gibt es diese Staatsbürgerschaft nicht zu bekommen, obwohl man sie gerne hätte. Gut, wir starten. Ein besonderer Grund und der häufigste Grund, warum jemand die Staatsbürgerschaft in Österreich bekommt, ist die Geburt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass zumindest ein Elternteil Österreicher bzw. Österreicherin ist. Es ist grundsätzlich so, dass die Staatsbürgerschaft der Mutter ausschlaggebend ist, also wenn die Mutter Österreicherin ist, ist auch das Kind Österreicherin oder Österreicher. Sollte der Vater und die Mutter verheiratet sein, dann ist es so, dass die Staatsbürgerschaft des Vaters ausschlaggebend ist. Das heißt, wenn der Vater Österreicher ist, dann ist auch das Kind österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger. Das nennt man auch das sogenannte Abstammungsprinzip, das grundsätzlich das Jus Sanguinis, Sanguinis vom Blut, also die Blutsverwandtschaft, ausschlaggebend ist dafür, welche Staatsbürgerschaft ein Kind dann entsprechend hat. Es gibt andere Länder, die haben andere Systeme. In Österreich ist es eben das Jus Sanguinis. Es gibt noch weitere Gründe, warum jemand in Österreich Staatsbürger werden kann. Eines der nächsten ist ein etwas Ausgefallenes und zwar gibt es die sogenannte Vermutung. Vermutung heißt, wenn ein Säugling im Alter von unter sechs Monaten in Österreich gefunden wird, zum Beispiel bei einer Babyklappe in einem Krankenhaus, wird angenommen, dass dieses Kind auch österreichischer Staatsbürger, österreichischer Staatsbürger ist oder dass die Mutter eben Österreicherin war und deshalb bekommt dieses Baby die österreichische Staatsbürgerschaft. Es sollte sich später herausstellen, dass die Mutter des Kindes eben keine österreichische Staatsbürgerin war, weil sie ausständig gemacht wurde. Dann gibt es vermutlich ein Verfahren, wo diese Staatsbürgerschaftszuweisung wieder aberkannt werden könnte. Dazu das kleine Baby. Dann ein weiterer Fall, der immer seltener wird, der sogenannte Wiedererwerb in der nationalsozialistischen Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wurden ja sehr, sehr viele Menschen des Landes vertrieben, meistens Juden oder Sinti und Roma, andere Personen und diese haben die Möglichkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft, sollten sie denn das wollen, wiedererwerben können, der sogenannte Wiedererwerb. Als vierte Möglichkeit gibt es den sogenannten Romy-Paragrafen. Im Fachwortlaut bedeutet das, dass die Staatsbürgerschaft im Interesse der Republik erlangt wird. Das wird meistens eben irgendwelchen prominenten Personen zuteil, die etwas für Österreich leisten oder schon etwas für Österreich geleistet haben. Ich habe hier beispielshaft die Frau Anna Netrebko, eine weltberühmte Sopranistin, die oft an der Wiener Staatsoper singt und hier daneben den Oskar-Preisträger Christoph Walz. Es wurden im letzten Jahr, soweit ich das eruieren konnte, circa 59 Einbürgerungen auf Basis dieses Grundes, dieser Begründung gemacht. Also wenn diese vier Sachen oder eines dieser vier Sachen logischerweise zutrifft, dann kann man die Staatsbürgerschaft erlangen. Wie geht es jetzt weiter? Wenn das der Fall ist, gibt es eine sogenannte Einbürgerung, die verbunden ist mit der Zuweisung oder der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Es gibt aber noch einen weiteren Grund bzw. Gründe, warum jemand die Staatsbürgerschaft Österreichs erlangen kann, wenn er das noch nicht ist oder sie das noch nicht ist, und zwar aufgrund des Vorliegens eines Rechtsanspruches. Was sind jetzt solche Rechtsansprüche bzw. wie entstehen solche Rechtsansprüche? Was sind Voraussetzungen dafür? Grundsätzlich gilt ein Mindestens zehnjähriger Aufenthalt in Österreich. Also wenn jemand zehn Jahre in Österreich ist und dort auch zum Beispiel arbeitet und so weiter, dann hat er das Recht auf Antrag auf die Staatsbürgerschaft, ob er sie dann bekommt. Dazu gibt es noch andere Einschränkungen. Es gibt Ausnahmen dafür, nämlich, dass man die Staatsbürgerschaft schon nach sechs Jahren erhalten kann, wenn der Ehegatte ein österreichischer Staatsbürger ist. Also zum Beispiel eine Frau aus nicht österreichischen Landen möchte die österreichische Staatsbürgerschaft, ihr Ehemann ist Österreicher, dann kann das bereits nach sechs Jahren beantragt werden. Außerdem gibt es die Einschränkung mit sechs Jahren auch für Asylberechtigte, Staatsangehörige eines EWR, also europäischer Wirtschaftsraumstaates, das sind die Staaten plus Schweiz und so weiter und für in Österreich Geborene, obwohl sie eben grundsätzlich keine Österreicher sind. Es gibt ja auch Menschen nicht österreichischer Herkunft, die in Österreich Kinder haben und deshalb gilt dann das für in Österreich Geborene nach sechs Jahren. Was dazu kommen muss, ist die sogenannte Unbescholtenheit. Das heißt, diese Personen, die Staatsbürgerschaft ansuchen, dürfen keine strafrechtliche Verurteilung haben in Österreich. Sonst ist das irgendwie das Recht verwirkt. Es darf auch kein Aufenthaltsverbot bestehen. Also die Menschen dürfen nicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in Österreich erwünscht sein. Also das heißt, sie dürfen sich in Österreich aufhalten. Wenn das gegeben ist, dann besteht kein Aufenthaltsverbot und damit auch die Voraussetzung für den Antrag auf die Staatsbürgerschaft. Ein interessantes Teil ist der gesicherte Lebensunterhalt und zwar innerhalb der letzten 36 Monate, also innerhalb der letzten drei Jahre, müssen mindestens in sechs Jahren praktisch, muss ein regelmäßiger gesichertes Lebensunterhalt vorhanden sein. Das wird dann im Einzelfall festgestellt, worum es sich bei einem gesicherten Lebensunterhalt handelt. Sie müssen bis jetzt zumindest die bisherige Staatsangehörigkeit zurücklegen. Also Doppelstaatsbürgerschaften gibt es in Österreich nur sehr, sehr selten. Diese Abgabe der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn möglich und zumutbar, das muss im Einzelfall natürlich überprüft werden. Sie müssen die Kenntnisse der demokratischen Ordnung haben. Also sie müssen sich in der österreichischen Demokratie zurechtfinden. Sie müssen Kenntnisse der Geschichte Österreichs und des Bundeslandes haben. Und diese beiden Sachen kann man mittels eines Staatsbürgerschaftstests ablegen. Wir werden uns später auch mit diesem Staatsbürgerschaftstest beschäftigen, damit man sieht, welche Fragen dort auftauchen. Und ich kann gleich vorausschicken, diese Fragen sind nicht wirklich einfach. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie der deutschen Sprache mächtig sind. Da gibt es eben dann Deutsch-Tests, die dazu abgelegt werden müssen. Und was wirklich jetzt eine schwierige Sache ist, sie müssen einen ununterbrochenen Hauptwohnsitz in Österreich haben. Den Hauptwohnsitz in Österreich habe ich dann, wenn ich mehr als 183 Tage pro Jahr, also mehr als ein halbes Jahr pro Jahr in Österreich meinen Hauptwohnsitz habe. Das ist bei manchen eher schwieriger, die zum Beispiel international unterwegs sind. Und sie müssen letztendlich eine bejahende Einstellung zur Republik Österreich haben. Also sie müssen im Wesentlichen den Staat Österreich gutheißen und dafür sorgen, dass sie das auch bekonten. Wie man das entsprechend feststellt, das sei dahingestellt. Wenn jetzt alle diese Sachen sind, also eines von diesen vier oben mit Geburt, Vermutung, Wiedererwerb oder im Interesse der Republik oder eben ein entsprechender Rechtsanspruch vorliegt mit den Voraussetzungen, die wir besprochen haben und der Staatsbürgerschaftstest abgelegt worden ist, dann kann man eben den Antrag stellen auf Erlangung der Staatsbürgerschaft und dann geht es so, dass der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau diese Staatsbürgerschaft verleiht und zwar mit einer Einschränkung, nämlich im Ermessen. Das heißt, dieser Landeshauptmann, diese Landeshauptfrau kann die Staatsbürgerschaft immer noch ablehnen. Es ist, auch wenn alles erfüllt ist, natürlich muss es Gründe dafür geben, dass es abgelehnt wird, aber grundsätzlich kann der Landeshauptmann, die Landeshauptfrau, diese Staatsbürgerschaftsantrag, obwohl alles vorliegt, immer noch ablehnen. Wenn das aber nicht der Fall ist, also wenn der Landeshauptmann, Landeshauptfrau da nichts dagegen hat, dann verleiht sie oder er diese Staatsbürgerschaft im Ermessen und das Ziel ist dann letztendlich der Staatsbürgerschaftsnachweis und natürlich auch der österreichische Reisepass, der ja sehr, sehr viel wert ist international.